Ich müsste dort rein und dann durch das Tor gehen. Das ist doch logisch, oder? Damit da oben der Weg da ist. Durch welches Tor könnte ich denn sonst noch mal gehen? Aber die Frage ist auch wieder, aus welcher Richtung. Aber ich kann ja nicht springen, soweit ich weiß. Wenn ich hier durchgehe, ist dann die Brücke weg, oder? Oh, kann ich dann die Tür von innen aufmachen? Moment. Okay, ich habe das jetzt als Lösung. Dann war ich anscheinend gerade eben nur, nur zu Glück, Türen aufzumachen. Weil da waren ja auch Türen, aber die gingen irgendwie nicht auf. Bestimmt auch bloß Zufall, dass der Regen gerade stärker wird. ... ... ... ... ... ... Okay, wir haben schon mal die Anzahl reduziert an Fusselteilen. Ich glaube, die hier drüben bringen wir doch nichts, oder? Sind doch egal. Ich brauche ja irgendwas, was ein bisschen... ...kontral... ...auf das Tor. Oh... ...Zeigt... Oh, da müsste ja hier irgendwas sein. Weil... das Tor ist da. Oh... ... Oh... ...cabs! Oh... Oh... ... Oh... ... 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